So Freunde, weiter geht's mit Rift. Ihr seht, die Münzsperre ist immer noch aktiv. Ich habe immer noch keinen Zugang zu dem E-Mail-Konto, aber ich werde es hinbekommen. Ich hoffe, zur nächsten Folge ist wieder alles in Ordnung. Zur Erinnerung, die Münzsperre ist das Symbol, was hier in der Mitte meiner Icons leuchtet. Das verhindert, dass wir hier handeln können, soll wohl zur Sicherheit dienen. Ist auch alles eine ganz tolle Sache. Blöd nur, wenn man keinen Zugang mehr zu dem E-Mail-Konto hat. So wie ich im Moment. Aber okay, es geht auch ohne. Wir haben in der letzten Folge, was war es, die Zentauren haben wir geärgert. Was wir heute machen müssen, ich weiß noch nicht genau. Ich weiß aber, dass es hier ein Stück weiter im Nordosten ist. Da sind verschiedene Kreise, Markierungen eingezeichnet. Gefangene Händler sind in primitive Gefängnisse eingesperrt. Rettet sie drei Stück, besorgt folgendes die Jagdtrophäe. Schauen wir mal, ob wir die finden. Direkt vor uns also. Auf geht's. Ich sehe hier zu unserer Linken. Ist auch ein Riss entstanden eben gerade. Als ich mich eben gerade hier im Spiel eingeloggt habe. Als ich eingeloggt bin, habe ich eben gerade noch nichts gesehen. Der ist gerade eben erst entstanden. Aber wir müssen da hin. So, da müssen wir mal gucken, was ist da? Fleischreißer Hyrofant. Na, das gehört wohl auch zu den Zentauren irgendwie. Ganz sicher sogar. Die Frage ist, brauchen wir die? Ne, die brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen aber was anderes. Jagdtrophäen finden. Jagdtrophäen? Die Frage ist, wie finde ich Jagdtrophäen? Ist es irgendwo im Inventar oder steht das hier rum? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten mal diese Zentauren einfach mal angreifen. Wir nehmen mal den hier. So, mein Junge. Los geht's. So, der ist erledigt. Irgendjemand winkt mir gerade zu. Ach, hier. Der Kollege. So, was hat der dabei? Zentaurenzopf. Feine Sache, den brauchen wir allerdings nicht. Beziehungsweise, wir müssen mal aufpassen hier. Wir sind auch gar nicht im Gebiet der Jagdtrophäen, sehe ich gerade. Wir sind da, wo diese Händler eingesperrt sind. Ich sehe hier aber momentan nichts. Aber ich höre jemand schluchzen. Ach doch, da ist doch was. Logisch, das ist es. Einer von drei. Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal einfach weiter. Schön mittig durch. Da vorne ist der nächste Käfig. Da gehen wir auch wieder mittig durch. Dann brauchen wir nur den einen Centauren hier links zu erledigen. Der direkt vor dem Käfig steht. Und ich würde sagen, Quantum, du machst das Ganze. So, ich habe dann auch eine Nachricht bekommen. Wäre ich euch auch gleich vor. Ich muss nur mal ein kurzes Stück zurücklaufen. Dann kommt gerade ein Centaure an hier. So, bevor mich da weitere 10 Centauren angreifen, gehe ich einfach mal ein Stück zurück. So, erledigt. Ja, da hat uns andere Spieler angeschrieben. Und zwar hat er den besonderen Namen Paternihil. Ich weiß nicht genau, ob ich es richtig ausspreche. Wenn nicht, dann verzeih mir bitte. Freue mich schon noch auf die nächste Folge Rift auf YouTube. Ja, schreibe ich mal hallo und danke. Lies mal gerne. So. Dann machen wir noch mal ein Smiley dazu, damit das Ganze ein bisschen netter aussieht. Aber jetzt sollte ich vielleicht hier mal den armen Händler in seinem Käfig befreien, wenn ich ihn denn anklicken könnte. Ich kann ihn gar nicht anklicken. Was ist das jetzt schon wieder hier? Ach, da vorne. Okay. Was er schluchzt, der arme Kerl. So, wir suchen den letzten Käfig. Ist wahrscheinlich da vorne wieder. Beziehungsweise hier hinten sehe ich jetzt keinen mehr. Gehen wir mal darüber auf die andere Seite. Da ist bestimmt noch einer da hinten. Da sind wir zwar gerade hergekommen, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Da ist noch was. Und da der Zentau. Hi. So. Ja, hier ist kein Käfig. Da vorne ist ein Käfig, aber das sind nicht die richtigen. Da haben wir irgendwo einen übersehen. Da muss ich mal gucken. Da, da vorne ist einer. Wenn das nicht, der ist, den wir schon mal eingesammelt haben. Beziehungsweise geöffnet eigentlich. So, erledigt. Und damit haben wir den dritten Käfig geöffnet, den dritten Gefangene befreit. Und wir brauchen jetzt nur noch diese Jagd-Trophäe. Okay, dann gehen wir erstmal in das Gebiet. Und dann wird sich das schon ergeben. Zumindest hoffe ich das mal. So, hier drüber. Ach du Scheiße. Jetzt gleich ganz am. Und dann gehen wir mal in das Gebiet, wo es diese Jagd-Trophäe geben soll. Ich weiß noch nicht so ganz wo. Vielleicht das hier. Ist da irgendwas dran? Das leuchtet so schön. Aber da kann man gar nichts machen. Besorgt folgendes. Jagd-Trophäe. Ja, super. Und wo soll das besorgen? Ich weiß. Ich könnte mir auch mal die Quest-Beschreibung durchlesen. Das werde ich auch gleich tun, wenn ich hier nicht zurechtkomme. So, warte mal da. So. Sammelt folgende Dinge von Fleischreißer-Zentauren im Zentaurenstand und bringt sie zu Renngrehe im Laternenhaken. Alles klar. Also musst du hier wahrscheinlich einfach die Zentauren umhauen. Probieren wir es mal. So. Der ist tot. Der hat auch was verloren. Aber der hat keine Jagd-Trophäe oder sowas verloren. Hm. Ich mache jetzt die alle mal kalt hier im Umkreis. Muss ja hier irgendwo sein. Jagd-Trophäe. Sehr schön. Und damit haben wir mit letzter Folge alle Quests abgeschlossen, die wir aktuell hatten. Die müssen wir jetzt alle wieder hier vorne abgeben beim Eingang der Höhle. Das heißt, wir gehen jetzt direkt mal auf unser Andromeda. Und bereiten da wieder hin. Ja, im Privatleben hat sich einiges verändert in der letzten Zeit. Ich habe geschrieben, technische Schwierigkeiten. Es ist eine Menge passiert. Ich werde mir das Ganze für das Silvester-Special aufheben, wo ich einiges erzähle. Eine ganze Menge erzähle. Auch ein Rückblick, was dieses Jahr so gewesen ist. Auch hinter den Kulissen und so habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, euch endlich mal wieder ein Special zu zeigen. Also in Form eines Video-Specials. Und das Ganze dann pünktlich zu Silvester. Was ich euch allerdings jetzt schon erzählen kann, ist zum Beispiel, dass ich woanders wohne. Und ich hatte die ganze Zeit auch noch Probleme mit meinem Internetanschluss. Ich habe das jetzt in den Griff bekommen. Es sollte wieder alles funktionieren. Die Kabel sind zwar noch nicht so schön verlegt, aber das kriegen wir auch noch in den Griff. Ansonsten funktioniert alles. So, warte mal. Ich laufe doch hier vollkommen falsch wieder. Ey, leckt mich doch am... Ihr wisst schon wo. Keine Ahnung, wie das schon wieder sein kann. Ja, das ist halt... Entweder erzähle ich eine Geschichte oder ich erzähle... Oder ich laufe falsch. Also, nee. Entweder ich erzähle eine Geschichte oder ich laufe richtig. Beides zusammen scheinbar funktioniert irgendwie nicht. So, ich muss jetzt auf die andere Seite der Höhle. Möglicherweise könnte ich da einfach durchreiten. Aber wir können natürlich auch den Umweg machen. Um die Höhle herum. Aber das geht ja relativ fix. Okay, gut. Gut, da können wir uns so lange mal diese Gegend hier betrachten. Diese schicke Einöde. Ich frage mich überhaupt, auch wenn es noch eine Weile dauern wird, wo wir als nächstes hinkommen. Ich bin gespannt. Ich persönlich bevorzuge ja mehr so waldige Gegenden. Das wisst ihr ja. Ich meine, so eine Öde hier, so ein Ödland, das ist auch nicht verkehrt. Aber sowas wie der Wundwald und so, fand ich schon ziemlich cool. Also, da kann ich gerne auch nochmal hingehen. So, jetzt muss ich aber ein bisschen langsam machen. Denn irgendwo hier muss ich schon mal eine Quest abgeben. Ach, weiter vorne. Da heult auch schon wieder jemand. Warum heulen denn alle hier im Anrift? Das ist doch unglaublich. So, wir gehen aber nochmal ein Stück weiter hier. So, genau da hin. Rincrea. Der hatte zwei Quests für uns. Und die nächste auch. Wir werden obsiegen. Wir werden obsiegen. Ja, der hat scheinbar keine neue. Große Sonne. Hoher Besuch. So, jetzt haben zwei, beide haben eine neue Quest. Beseitigt die Zentauren-Anführer, die an der Spitze der Angriffe auf Laternenhaken standen. Geistgebieter, Tarus, Utul, der Hyrophant und Kulos, der Jagdmeister, findet ihr im Zentauren-Stand. Und dafür gibt es einen Siegelmantel. Rüstung 147. Ja, das ist auch wieder so eine Sache, ne? Zaubertreffer sind zwar besser, Ausdauer auch, dafür ist die Rüstung schlechter, die Intelligenz nie Weisheit. Hm, okay. Danke für eure Hilfe. Kein Problem. Hallo. Hallo, die andere Quest nehmen wir uns natürlich auch an. Und zwar, Rincrea hat euch gebeten, die Zelte im Zentauren-Stand niederzubrennen, um zu versuchen, die Zentauren aus den Ödlanden zu vertreiben. Sprech mit Ben Quali im Laternenhaken, wenn die Aufgabe erledigt ist. Und dafür gibt es einen Umhang. Das ist schön, weil der alte Umhang hat keine Werte. Der neue hätte dann Werte. Geile Sache. Alles Gute. Alles Gute. Sehr gerne. So, wir schauen uns das Ganze nochmal auf der Karte an. Also das eine ist hier. Siegt Utul, der Hyrophant, Geistgeber, Tarus. Da müsste noch einer sein, oder? Das ist doch noch ein Dritter gewesen. Kulos, der Jagdmeister, Utul, der Hyrophant, Geistgeber, Tarus. Utul, der Hyrophant, Geistgeber, Tarus. Ach, da unten. Kulos, der Jagdmeister. Und da ist auch das Gebiet hier. Brennt, verbrennt sind Tauronshelter. Das heißt, wir müssen jetzt in den Süden. Gut. Auf geht's mit Gebrüll. Und neue Änderung Verbindung. So, dann reiten wir einfach mal weiter. Aber da sehe ich schon, das sind ganz viele, ganz viele von diesen bösen Katzen. Aber wir sind hier goldträchtig. Es ist nicht mehr weit. Es muss hier direkt vorne sein. Globales Ereignis. Kulos, der Jagdmeister. Da steht er schon. Einzig und alleine steht er darum. Dann würde ich sagen, Quantum auf ihn mit Gebrüll. Wenn ihr ab und zu mal so ein Klackern hört, das ist nicht etwa, weil ich vom Stuhl kippe, sondern, weil ich mir ab und zu mal einen Schluck Kaffee gönne. Und auf meinem Glastisch macht das halt so ein bisschen Geräusche, ne? Wenn wir den, wenn wir den, ähm, wenn ich den aufstelle. Das sind übrigens auch die Zelte. Deswegen habe ich ihn eben gerade so gestockt beim Reden. Weil ich gerade gesehen habe, dass das auch die Zelte sind, die wir brauchen. Sehr schön. Dann haben wir diese Quest auch schon wieder relativ schnell erledigt. Übrigens, was die gemeinsame Gruppenquest mit den Zuschauern von Rift und mir betrifft, da kann ich euch noch immer kein exaktes Datum nennen. Aber eins ist auf jeden Fall sicher, ich habe schon bald Urlaub. Und das heißt, wenn bis dahin nichts geht, dann geht auf jeden Fall was. Auch zu normalen Uhrzeiten, vielleicht, keine Ahnung, Samstag am frühen Abend oder so, oder Sonntag am frühen Abend, wäre dann auf jeden Fall alles machbar, weil ich dann Urlaub habe. Der Innenverbindung läuft auch wieder, das sagte ich ja schon. Das heißt, für Spaß und Spannung sollte gesorgt sein. Und dann werden wir uns mal gemeinsam ein bisschen Zeit nehmen. Und hier mal gemeinsam Rift zocken. So, der ist erledigt und damit kommen wir an dieses Zelt hier. Und dann haben wir drei von vier Zelten. Das andere ist direkt daneben. Beziehungsweise ich kann das natürlich auch noch mitnehmen, was der Kollege hier hat. Auch sehr schön und wir gehen mal weiter. So, und zwar genau dahin. So, Moment. Das letzte Zelt. Wir legen ein Feuer. Und ab dafür. Damit wäre diese Quest auch abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch zwei von diesen Anführern töten. Und dann bekommen wir einen schicken Umhang, der unsere Werte auch tatsächlich mal steigert. Das andere Ding, was es ja noch zu Gewinn gibt, wollte ich schon sagen, als Belohnung gibt, ist ja nicht ganz so pralle. So, warte mal. Wir müssen jetzt, die sind beide hier. Ja, okay. Ich schaue mir auch ganz gerne mal den Himmel an. Nicht so, dass ich hier einschlafe oder so. Und dann aus Versehen mit dem Kopf zurückfalle und die Maus so nach oben drehe. Nee, es liegt tatsächlich daran, dass ich mir ganz gerne mal den Himmel anschaue. Ah, haha, und das habe ich jetzt davon. Das habe ich davon jetzt hier. Langzahnjäger. Das reibt an. Der hält auch relativ viel Aussicht gerade. Aber das ist Level 39, der sagt. So, und das hat er jetzt davon. Da musste er leider sterben. Und wir müssen weiter hoch. Hier diese schwarzklauen Äser, die machen uns nichts. Sie sehen so ein bisschen büffelmäßig aus, ne? Aber ist ja okay. So, da oben ist bestimmt die gesuchte Person. Ja, ein ganzes Stück da oben. Wir müssen auf jeden Fall noch da vorbei. Wir müssen hier in die Schattenzone reingehen. Ist alles so ein bisschen schattig hier. Und die versperren mir vor allen Dingen alle auch den Weg. Da oben liegt noch, was ein Artefakt. Das werde ich mir auch noch gönnen. Ach, super. Jawoll. Alles drauf auf den Kryo. Quantum, nehmen wir die Akko, nehmen wir die Akko, nehmen wir die Akko. Ich brauche einen Heiltrank. Okay. Alter Schwede. Nein, nein, nein. Ich kann keinen Heiltrank mehr nehmen. Hier, Sandwich. Der Sandwich hat auch nichts gebracht. Ich gehe aber mal direkt da vorne durch und hoffe nicht, dass ich hier genau in die Akko reinlaufe. Weil wir müssen nämlich in diese Richtung sowieso hin. So, zwar genau hier. Und da manifestiere ich mich wieder. Ich werde auch direkt wieder den Quantum holen. Es hätte nicht viel gefehlt und wir hätten es eben geschafft. Aber gegen drei Stück ist natürlich schon eine Hausnummer. So, ich muss mal schnell warten. So, und du bist Utul, der Hyrophant. Ja, und du kriegst jetzt auf die Schnauze, weil mich deine Kumpels gerade, ja, so ein bisschen getötet haben. Also richtig getötet kann man ja nicht sagen, sonst wäre ich ja jetzt, ihr wisst schon was, sonst wäre ich ja nicht mehr aufgestanden. Aber auf jeden Fall haben sie mich geärgert und deswegen muss ich dir jetzt eine Lektion erteilen. Er hält auch gut was aus, der alte Sack. Aber sollte ja auch, als Anführer sollte er das ja auch. Wir werden das natürlich noch mitnehmen, was der hat. Ein Zentaurenzopf. So, zum letzten. Zum letzten Gefecht, Leute. Noch nicht so ganz. Noch nicht so ganz. So, da haben wir doch was. Einfach auf hier, also einfach hier in diese Richtung weiterlaufen und schon kommen wir am Ziel an. Der ist wahrscheinlich da hinten irgendwo, ne? So, wir müssen noch mal gucken. Okay, werden wir erstmal den erledigen hier. Ihr seid nichts weiter als ein Tier, sagt er. Das war ja genau der Richtige. Weißt du, Menschenkopf und Pferdefuß. Sagt sie mir, ihr seid nichts weiter als ein Tier. Letztendlich bin ich ja sowieso der Meinung, dass wir alle Tiere sind. Wir haben uns nur gleich ein bisschen fortgeschrittener entwickelt. Aber gut. Ich glaube, das ist eine sehr poetische Frage. So, zwei Stück erledigt. Geht relativ gut. Und da ist Geistgebieter Tarus. Auf geht's. Sehr schön, der wäre erledigt. Wir nehmen das auch noch mit. Und dann haben wir auch diese beiden Quests wieder abgeschlossen. Und bekommen unseren schicken Umhang. Geile Sache. Wart mal, ich steige hier mal auf mein Pferd drauf. Jetzt stelle ich mich mal da kurz auf diesen Hügel drauf. Und dann schaue ich mal auf die Karte, wo wir hin müssen. So, wir müssen ein ganzes Stück hier weit zurück. Dann machen wir das doch einfach mal. Einfach mittendurch. Einfach mittendurch. Das wird schon funktionieren. Aber tatsächlich stehen alle so, als du hast da keine Chance zu entkommen. Und wenn wir es jetzt doch geschafft haben, dann liegt es nur daran, dass die Zentaurien scheinbar ziemlich blind sind. Und nicht sehen. Wobei ich eigentlich dachte, dass so Pferdewesen sehr gut sehen könnten. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Ich weiß, dass Hunde und Katzen so, die können sehr gut sehen. Aber bei Pferden bin ich mir ja momentan gar nicht so sicher. Keine Ahnung. So, wir sind gleich da. Home sweet home. Ich denke allerdings, dass wir die Quests heute nicht mehr abgeben, wenn ich so auf die Uhr schaue. Wir sind schon wieder 20 Minuten rum. So langsam aber sicher, wie gesagt, hat sich hier alles geregelt. Es funktioniert wieder. Und es kommen auch wieder regelmäßige Folgen. So. Hier haben wir die erste Quest abzugeben. Freunde der Nacht, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann schnappen wir uns den Umhang und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Also macht's gut, bis dann.